Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Hallo Anna, bist du da? Hallo Christian. Ja, ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. Ich habe den Termin zur Video-Einladung nicht gefunden. Das heißt, ich habe mich leider ein bisschen verspätet. Christian hat schon auf mich gewartet. Und fast hätte ich vergessen, dass wir überhaupt heute Aufnahme hätten. Also ein bisschen durch den Wind. Vielleicht wolltest du einfach das heutige Thema meiden, weil es geht heute um ein Thema. Also hier liegen Dutzende von Blättern und Karteikarten und Zeugs. Also ganz, ganz viel. So viel habe ich ganz selten hier liegen, weil wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Und das ist, ich sage es mal so, ich versuche es jetzt mal von der ganz anderen Seite aus. Also John Gottman, der bekannteste Partnerschaftsforscher, der sagt immer, make sex a priority. Das ist also einer seiner fünf Sex-Regeln. Also Priorität Sex. Das ist nur leider in vielen Partnerschaften nicht der Fall, weil es da mehr um Pornografie geht. Also nicht um reale Sexualität in der Partnerschaft, sondern um so ein Unterhaltungsformat, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das ist schön gesagt, ja. Ich sage deshalb, Unterhaltungsformate werden ja auch noch drauf kommen, weil das ja mit der Realität sehr wenig zu tun hat, Pornografie. Ja. Deshalb wird es ja auch geguckt, weil es viel bequemer ist und Frauen da sind auch nicht so anspruchsvoll wie die eigene und was weiß ich. Du nimmst schon so viel vorweg, Christian. Ich nehme so viel vorweg, okay. Jetzt müssen wir echt gar nichts mehr vorlesen. Doch, wir haben ganz viele Zuschriften. Wir werden auch einige vorlesen und werden darauf eingehen. Aber die erste Frage, die ich stellen wollte, wir haben eine Zuschrift von Rebecca und da geht es tatsächlich darum, dass der Mann Videochats, Sex-Videochats macht. Wir haben noch eine Zuschrift, da nennt die Frau das Strip-Chat. Da habe ich mich sofort gefragt, ist das noch Pornografie oder sind wir da nicht im Bereich der Prostitution, also der Sex-Dienstleistung, für die ich bezahle? Wie siehst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Also dem würde ich zustimmen, diese Vermutung. Also die hätte ich auch, denn für alle, die nicht wissen, was das ist, also ich habe keine persönliche Erfahrung damit, aber das, so wie sie es auch beschreibt, eins zu eins Videochat, ja. Das heißt, der Mann gibt der Frau Geld dafür, dass sie bestimmte Sachen ihm zeigt oder vor der Kamera tut. Und das ist ja schon eine eins zu eins persönliche Interaktion. Und deswegen habe ich mir eine andere Frage gestellt, sind wir nicht hier schon im Bereich Betrug? Also das ist ja nicht mehr Unterhaltungsformat. Betrugungsformat, wobei ich tatsächlich sogar als Frau nachvollziehen kann, wenn Frauen sich so schon sehr enttäuscht und ein bisschen auch betrogen fühlen. Wenn der Mann seinen Hunger, seinen sexuellen Hunger woanders stillt, insbesondere dann, wenn die Frau so gerne mit dem Sex haben möchte und er, das haben wir hier auch noch in den Zuschriften, das kommt noch, den Sex mehr oder weniger verweigert. Und dann aber den in seiner Fantasie mit anderen Frauen ausführt. Und hier sind wir ja tatsächlich gar nicht mal nur in der Fantasie, dass er sich dann vorstellt, dass die Frau, die er da im Porno sieht, das theoretisch mit ihm machen würde, sondern sie macht das für ihn direkt. Ja, das ist schon, finde ich, ist schon eine andere Sache, als nur mal ab und an den Porno schauen. Wobei wir ja auch dazu ein bisschen eine kritische Haltung haben. Ja, also Rebecca ist ganz traurig und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, okay. Du hast jetzt gesagt, nicht Prostitution, sondern Betrug, wobei für mich das, ja, Prostitution eine Form von Betrug ist. Absolut, da würde ich mich auch, würde ich auch sagen, das ist Betrug, ja. Die eigene Frau oder andersrum, falls eine Frau das macht, der eigene Mann betrogen, ist nur ausgesprochen selten, kommt kaum vor, gibt es auch, aber ist sehr selten. Ja, wir haben es wirklich nur andersrum, wir haben auch noch keine Zuschrift von einem Mann, oder? Haben wir einen Mann, der uns geschrieben hat und gesagt hat, oh weh, bei mir läuft das so schrecklich mit der Pornografie. Das ist ein Frauenthema, die Frauen werfen es auf. Ja, also der Pornomarkt ist ja wirklich auch ein Markt, wo man sagen kann, der ist ganz klar, ganz stark für Männer gemacht. Ich habe mir das auch, wir sind jetzt so ein bisschen im Übergang schon zu anderen Zuschriften, wo es mal in Anführungszeichen nur um Pornos geht, aber habe mir da auch mal die kleine Notiz gemacht, für alle Männer, die zuhören und vielleicht nicht verstehen, was ist denn eigentlich das Problem für eine Frau. Weil wir haben auch in einer Zuschrift das Zitat eines Mannes, der sagt, das ist ganz normal, das machen alle Männer. Und ich finde, das ist ein bisschen eine billige Ausrede, denn wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir andersrum, ein Mann möchte mit seiner Frau Sex haben und die Frau sagt aber, nee, ich liege ständig im Bett und gucke mir Pornos von muskulösen Männern an. Und auf dich habe ich aber keine Lust und da komme ich so schön und bei dir aber nicht. Ich weiß nicht, wie die Zuschriften andersrum aussehen würden, ob da auch so viel Verständnis wäre und dann heißen würde, ja, das ist ja ganz normal. Ja, das macht doch jede Frau, ja, ja, das macht doch jede Frau. Ja, das macht eben nicht jede Frau. Frauen haben absolut auch, auch in der Selbstbefriedigung, würde ich mal sagen, einen Fastfood-Ansatz. Das finde ich ist ein schönes Wort zu sagen, du hast es ja schon angedeutet, hier wird sich, da muss man sich nicht so viel Mühe geben, wenn man hier auf Dienstleistungen zurückgreift oder Pornos guckt, da ist kein Performance-Druck und man kommt relativ schnell zur Entladung dieser Spannung, ja, also zum Orgasmus. Und das mag alles sein, aber diesen Ansatz haben Frauen auch. Also hier, da geht es auch in der Selbstbefriedigung sehr, sehr oft drum, schnell zum Höhepunkt zu kommen und sich dadurch vermeintlich zu entspannen. Also diese Auseinandersetzung mit sich selbst, den eigenen Sinnen und Erotik findet gar nicht unbedingt statt. Da sind Männer und Frauen sich nicht unbedingt so, da unterscheiden sie sich nicht so sehr. Ich würde gerne noch näher auf Rebecca eingehen, denn sie hat ja mit ihrem Mann jetzt abgemacht, also wir lesen heute nicht die ganze Zuschrift vor, sie hat ihn sozusagen dabei erwischt bei diesen 1 zu 1 Chat-Geschichten und das macht er wohl auch im Homeoffice. Also das ist quasi etwas, was in seinem Leben sehr präsent ist, während der Arbeitszeit tut er das und das ist in seinem Alltag, Sex mit einer anderen Frau offensichtlich sehr alltäglich. Jetzt sagt sie, sie haben zwar schon auch noch Sex gemeinsam, ein bis zweimal die Woche, aber es ist nicht mehr so leidenschaftlich und für sie ist vor allem jetzt das große Problem, was sie hat, dass sie herausgefunden hat, wenn sie Pornos schaut, schaut er wohl auch, aber sich diese 1 zu 1 Begegnungen angeschaut hat, dann sind das sehr junge, schlanke Frauen mit großen Brüsten und sie mit 48, die drei Kinder geboren und gestillt hat, sagt, sie sieht eben aus wie eine ganz normale Frau, relativ hübsch, nicht übergewichtig, aber mit den üblichen Problemzonen und jetzt hat sie mit dem Wissen um das, was ihr Partner da macht und was seine Vorlieben sind, Probleme, sich noch begehrt zu fühlen und sich zu entspannen im Sex. Und ja, deshalb fragt sie, ob das eigentlich noch Hoffnung für die beiden gibt, ja, oder wie wir das sehen. Klingt wirklich emotional verletzend, ja, sie vergleicht sich jetzt und in diesem Vergleich schneidet sie schlecht ab. Ich würde mal vermuten, also dieses Problem muss bei den beiden ja über eine gewisse Zeit aufgelaufen sein, das eine ganze Weile so ein Doppelleben gegeben haben und das alles ist eine Verunsicherung, ja. Das braucht eine Menge Gespräche und auch eine Menge mehr emotionale Nähe zwischen den beiden, damit sie über diesen Punkt wieder hinwegkommen, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Also ihr Vertrauen ist verständlicherweise verletzt, denn wie gesagt, wir haben jetzt beide übereingestimmt, dass das eine Form von Betrug ist, was er da gemacht hat. Ich finde, sie hat durchaus an dieser Stelle das Recht, sich von ihm zu wünschen, dass er das nicht mehr tut, also dass er das komplett einstellt und am besten auch keine Pornos mehr anschaut, weil sie das so verletzt und weil das eben Frauen sind, die mit ihr in seinem Kopf konkurrieren. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, dass sie auch ein bisschen Nachsicht mit der Präferenz, dass man es haben kann, denn auch hier, wenn wir uns wieder vorstellen als Frauen, und wir wären jetzt diejenigen, die sich die Pornos anschauen würden, dann wären das ja, würden wir auch uns jetzt nicht unbedingt vielleicht Klaus von nebenan angucken, sondern auch einen Mann, der unserem Schönheitsideal entspricht oder von dem wir uns auch angezogen fühlen optisch. Dass Männer überall in der Welt konfrontiert werden mit sehr schönen Frauen, die gephotoshoppt sind, die nicht dem Standard entsprechen. Und auch beim Porno weiß man, dass da viele Operationen mit im Spiel sind, um Dinge zu zeigen, die so eigentlich gar nicht aussehen, natürlicherweise. Und da brauchen wir ein Stück weit auch ein dickes Fell, dass wir für uns selbst sehen, naja, wir entsprechen, wir sind alle nicht perfekt. Und darum geht es auch nicht. Es geht hier um ganz schnelles Fast Food, um schnelle Befriedigung, die dieser Mann wählt. Und die Frage ist halt einfach, warum tut er das? Also warum begegnet er nicht seiner Frau? Und warum nimmt er hier so diese Flucht und geht hier und wählt hier eine Form von Fremdgehen? Und das müsste man sich ja natürlich anschauen. Ja, ich wollte das Argument, was du gebracht hast, auch gern bringen. Es gibt das ja umgekehrt auch. Es gibt tatsächlich so Sachen, wo klar ist, hier gehen jetzt Frauen wohin, um nackte Männer zu sehen. Die heißen dann die Tippendales oder wie auch immer, so Boygroups, die sich da ausziehen. Das sind in meinen Augen recht seltsame Frauen, die da hingehen. Und natürlich gucken die sich da ausgesprochen junge und ausgesprochen muskulöse und tolle Körper an. Und entweder haben diese Frauen gar keine Partner oder sie haben sehr selten welche. Oder ich als Mann würde mich da auch eher... Ja, oder der Stripper zum Junggesellenabschied, das ist ja auch so ein Klassiker. Ich würde mich da auch sehr seltsam fühlen als Mann, würde denken, huch, warum braucht meine Frau das? Ich finde es als Vorgang befremdlich, ja, eindeutig. Aber dass dann das besonders als Schönempfundene angeschaut wird oder irgendwas besonders Junges, ja, das ist so. Das muss man nicht besonders toll finden, aber hat jetzt für die reale Beziehung nicht allzu viel zu besagen. Das wäre mein Argument. Es hat nicht so viel zu besagen. Irgendwas ist passiert bei Rebecca und ihrem Mann auf der emotionalen Ebene, was zur Entfremdung geführt hat. Oder es gab von Anfang an auch eine Distanz, wie auch immer. Das ist ja eine Menge unaufgeklärt. Wir wissen ja nicht so viel davon. Und die beiden müssten im Gespräch bleiben über ihre Gefühle darüber, was ihn dazu bewogen hat. Und was das eigentlich mit der Beziehung auch zu tun hat. Das ist eine Vermeidung. Ich habe das ja extra zu Anfang gesagt. Make sex a priority. Warum ist Sex nicht Priorität? Sex heißt für mich erst einmal partnerschaftliche Sexualität und das andere, da nenne ich das oft Solosex, sage ich auch gerne dazu. Solosex ist monologisch. Partnerschaftliche Sexualität ist ein Dialog. Das ist was vollständig anderes, führt zu Stabilität in der Partnerschaft. Selbstglücksgefühlen, Glückshormonen, was weiß ich, Bindungshormonen. Bindung. Kann der auch noch, ne? Ja. Ja, absolut. Also das ist, genau, da stimmen wir wieder über ein. Etwas, wo die beiden mal genauer hinschauen müssten. Was ist passiert? Warum weicht er ihr so aus? Und abgesehen davon kann ich sie ermutigen, ihn damit wirklich nochmal zu konfrontieren und zu sagen, hey, wir brauchen jetzt Abstand von diesen Pornos. Das ist ja, finde ich, auch das Recht des Betrogenen, zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Wenn du mit mir die Beziehung fortführen willst, dann ist das meine Bedingung. Und dann gemeinsam zu schauen, wie nähern wir uns wieder an. Aber mit diesem Punkt, dass sie sich jetzt schlecht fühlt und sich selbst nicht mehr schön und begehrenswert, den würde ich tatsächlich ihr raten, einfach über Bord zu werfen. Denn dann dürfen wir uns alle nicht mehr begehrenswert fühlen mit den vielen Models, mit denen wir auf allen möglichen Straßenplakaten in Konkurrenz stehen. Aber hier, das war jetzt wirklich mal ein Sonderfall, denn es ist nicht nur reine Pornografie gewesen, reine visuelle Stimulation, sondern ein direkter Kontakt mit Interaktion. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ich würde jetzt gerne mit der Anne weitermachen, wenn das für dich in Ordnung ist. Die Anne und ihr neuer Partner. Dann lese ich mal vor, was Anne uns geschrieben hat und dann schauen wir mal, was wir dazu sagen. Ich bin 26 Jahre alt und habe seit circa zwei Monaten einen Mann, er ist 30, kennengelernt. Und es läuft bisher sehr gut. Nur im Bett gibt es Schwierigkeiten, da er einfach keinen hochbekommt. Er hat mir sein Problem von Anfang an kommuniziert, jedoch dachte ich, dass es nur die herkömmlichen Anfangsprobleme sind, die öfters bei Männern durch zum Beispiel Nervosität vorkommen. Er findet mich sexuell attraktiv und sagt mir immer, dass er Lust auf mich hat. Also daran liegt es nicht. Bis jetzt hatten wir daher nur Oralsex, was auch schön ist. Jedoch ist mir Sex sehr wichtig und ich brauche auch den, in Anführungsstrichen, normalen Sex mit Penetration. Neulich kam raus, dass er oft Pornos konsumiert hat, das seit ein bis zwei Monaten jedoch nicht mehr tut und sich auch seitdem nicht mehr selbst befriedigt, in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Er meinte zu mir, er hatte noch nie Penetrationssex, außer drei, vier Mal mit Viagra. Er ist dabei auch nie gekommen. Wenn er alleine mit sich ist, hat er keine Probleme, hart zu werden. Ich habe ihm gesagt, dass es auf Dauer so nicht weitergehen kann. Aber er verzichtet ja bereits auf Selbstbefriedigung und Pornos. Müssen wir einfach nur etwas geduldiger sein oder wäre es ratsam, eine Beratung aufzusuchen und sich professionelle Hilfe zu suchen? Ja. Ja, jetzt haben wir sozusagen das ganze Drama der Pornografie vor uns liegen. Also das Ding ist, bei ihm scheint das ja wirklich eine Performance-Drucksache geworden zu sein, wenn er es nicht mehr schafft, ohne Viagra überhaupt Sex zu haben und das in seinem Leben mit 30 Jahren erst drei bis vier Mal geklappt hat überhaupt. Das ist natürlich ein hoher Druck, der da ist. Ja, wenn so viele Erfahrungen ihm gezeigt haben, es klappt nicht, ich schaffe es nicht, ich kann es nur alleine, ich kann es nur mit Porno, ist das natürlich sehr, sehr schwer in der Begegnung mit einer realen Frau, in einer Situation, in der Angst vor Versagen dann auch ist, das dann hinzubekommen ist schwierig. Ja, ich kann es nur einfach nochmal sagen, für mich ist Porno Fast Food. Ja, und das Ding ist, dass viele Menschen sich damit zufrieden geben, anstatt mal auch da hinzuschauen, es gibt vielleicht auch Sterne-Restaurants, in die man gehen könnte, die auch noch viel gesünder sind und die ganze Erfahrung viel schöner und exquisiter ist, ja. Aber der Trieb übernimmt dann und wenn wir das gewohnt sind, dann geht es hier um die ganz schnelle Befriedigung. Und ich denke, es ist absolut möglich, nichts ist unmöglich, dass sie ihm helfen kann, Sex neu kennenzulernen, in die Sinnlichkeit zu kommen, aber er scheint damit so abgeschnitten zu sein, dass er eine ganz bestimmte Art von Penetration braucht oder eine bestimmte Art von Reizen, dass das ein längeres Projekt sein würde. Ja, sie kann ihm zeigen auch, dass er sie glücklich machen kann, auch das wäre vielleicht eine positive Referenzerfahrung, die ihm sicher helfen würde. Es gibt übrigens auch Formen zum Orgasmus zu kommen, ohne Körperkontakt oder ohne nackt zu sein oder was auch immer. Also man kann da sehr, sehr viel explorieren in diesem Feld. Aber meine ganz große Frage an Anne ist, warum sich ein solches Projekt suchen? Ja, also wenn zu Beginn einer Partnerschaft schon so eine Herausforderung im Raum steht, warum hier ja überhaupt weitergehen? Also das ist ein bisschen die Frage für mich. Wie siehst du das, Christian? Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil meine Erfahrung ist, dass dieses Problem in der Beratung unglaublich einfach zu lösen ist. Die jungen Männer glauben dann, das sei gar nicht zu machen. Die haben keine Erfahrung oder wenig Erfahrung mit realer Sexualität, schon gar nicht in dieser Form. Geschlechtsverkehr, wie ich dann sage, Penetration, wie Anne gesagt hat. Aber es stellt sich heraus, mit ein paar Beratungssitzungen geht es dann eben doch relativ einfach. Also sie können ihren Druck abbauen. Insofern bin ich da jetzt ein bisschen mehr auf der Seite, es zu schaffen. Aber ohne professionelle Hilfe halte ich das tatsächlich für sehr gewagt. Also ich schaffe das schon mit meinem Freund. Das halte ich für ein ganz schwieriges Projekt. Man muss einfach mal auch die Zahlen sich klar machen. Wir hatten ja drei bis vier Mal, hat das überhaupt nur versucht. Und das auch nur mit Viagra, er hat sich das gar nicht getraut. Also es steckt unglaublich viel Unmännlichkeitsgefühl dahinter. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das wird bestimmt nichts. Aber er hat, wenn ich das richtig sehe, er hat mindestens 15 Jahre Pornografie jetzt hinter sich. Und wenn ich das hochrechne, komme ich auf vier bis fünftausend Mal. Also wir haben das tausendfache an Zahlen bei der Pornografie, wie beim realen Geschlechtsverkehr jedenfalls bei ihm. Also das muss dazu führen, dass es zu Problemen kommt. Das ist völlig logisch. Als ich jung war, da gab es das nicht. Da versuchte man realen Sex zu haben und Pornografie war schwer, sehr, sehr schwer erreichbar. Aber die hohe Erreichbarkeit heute ist eine Versuchung. Es steckt mehr dahinter. Ich bin mir sicher, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Es steckt auch Unsicherheitsgefühle bei ihm dahinter, die von vornherein schon groß waren und die durch die viele Pornografie leider eben auch sehr verstärkt wurden. Es werden eben dadurch unglaublich viele Bahnen im Gehirn gelegt, die dazu führen, dass wir bei realer Sexualität vielleicht nicht mehr ganz so funktionieren, wie wir sonst funktionieren würden. Das ist auch Biologie. Ja, und das ist einfach eine Form von Abstumpfung, eine Sucht, die erstmal entzogen werden muss. Und ja, also warum ich das gesagt habe, habe ich ja auch gesagt, nichts ist unmöglich, aber das ist ein Prozess, durch den die beiden dann gehen müssen. Und nach zwei Monaten wünsche ich einem Paar eigentlich in der Verliebtheit zu sein und sich kennenzulernen und zu genießen. Und nicht vor der ersten großen gemeinsamen Herausforderung oder beziehungsweise das, was der eine dann mitbringt, sich dem dann stellen zu müssen. Man kann natürlich auch sagen, das ist schön, das schweißt zusammen. Aber auch hier würde ich mir mal überlegen, ja, wenn das am Anfang so viele Probleme schon gibt, warum er auch so lange nichts gemacht hat, das zieht einfach auch einen Rattenschwanz mit sich, würde ich sagen. Ich bin jetzt nochmal auf der Gegenposition, ja, also ein bisschen jedenfalls. Weil er ist bereit, etwas zu machen, das ist die Grundbedingung. Wenn er nicht bereit wäre, irgendwas zu machen, offensichtlich hat er relativ schnell bei einer Internetrecherche festgestellt, welche Tipps es da gibt, lassen Sie die Pornografie sein. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt auch Männer, die dieses Problem haben, die haben nie in Porno geschaut. Die haben nur einfach Selbstbefriedigung vollzogen. Und das Problem bei dieser Selbstbefriedigung ist, dass sie oft zu hart vollzogen wird. Die wird so hart vollzogen oder wie die Kollegin... Das kann man einer Frau fast nicht antun dann, ja. Ja, genau. Nein, wie die Kollegin Ann-Marlene Hennig schön sagt, ja, keine Vagina ist so hart wie die linke Hand eines Mannes. Ja, ja. Und wir haben die ja hier auch im Podcast gehabt. Ich weiß nochmal darauf hin, wer da reinhören will, war 12. September 2022 über den Leistungsdruck im Bett und wie der sich aufbaut und wie man den abbauen kann. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, der auch nicht mit Porno identisch ist. Er hat es mit Selbstbefriedigung identisch und eine sehr lange Zeit der Selbstbefriedigung über einen sehr, sehr langen Zeitraum und eine sehr harte Form der Selbstbefriedigung führt dazu, dass das Gehirn die Reize ganz anders verarbeitet. Das dauert Monate, nicht Wochen, Monate, bis sich das ändert, ja. Und dann ändert es sich und dann braucht es viel, viel sanftere Formen der Sexualität. Und ich würde jetzt gerne auch nochmal werben für etwas sanftere Formen des Geschlechtsverkehrs. Also er scheint da ja kaum, ist er drin zu erschlaffen. Und dann sage ich nur, ja, dann erschlafft er eben. Das ist doch nicht schlimm. Kann man doch mal machen. Also nicht, dass das Ziel ist, jetzt loszurammeln oder ist jetzt die größte Leistung zu verbringen. Das ist dann wieder das Problem Porno. Ja, der hat eine Vorstellung im Kopf, was jetzt passiert und was er jetzt leisten muss und wie toll. Vielleicht ist es ja ein tolles Gefühl, nach dem Moralsex einfach in der Scheide der Frau zu ruhen. Also ruhig drin, einfach zu spüren, wie sich das anfühlt. Das wäre jetzt eine Idee, die ich dazu hätte. Aber ich bin kein Sexualtherapeut, die haben noch viel mehr Ideen als ich. Also ich würde den beiden wirklich raten, da hinzugehen und zwar möglicherweise auch zusammen hinzugehen. Nicht nur er, dass er derjenige ist, der ein Problem verursacht hat durch sein Verhalten, ist ja völlig klar. Aber er ist bereit. Das nochmal als Gegenargument. Er ist bereit. Ja, das muss man ihm wirklich lassen. Und auch sie ist bereit. Das sind zwei Menschen, die offensichtlich eine schöne Beziehung sich auch gestalten kann. Auch Sexualität kann man ganz toll. Sollten sowieso viele, viele Paare für sich nochmal ganz neu erschließen bei Flauten. Ich wünsche es Ihnen, wenn Sie das beide wollen, dass Sie das schaffen und das können Sie auch. Und leider müssen wir aber mal weitermachen mit der nächsten Folge. Da machen wir weiter. Ich sehe das schon. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Thema Pornografie. Das ist nicht anders zu machen. Wir haben noch ein paar Zuschriften hier liegen. Machen wir es so? Ja, machen wir. Dann würde ich nämlich jetzt einfach, ich habe noch einen schönen Abschlussschlusssatz mir ausgedacht. Nein, nicht ausgedacht. Den habe ich von jemandem übernommen. Sagt dir Scott Galloway was? Mal gehört? Nee. Scott Galloway ist ein brillanter Speaker. Man nennt das ja heute Speaker, wenn die so schöne Reden halten und tolle Themen ansprechen. Er ist ein Marketing-Professor und beschäftigt sich sehr mit so Megathemen, die gerade wichtig werden in der Gesellschaft. Und sein Megathema ist das der Einsamkeit, eines der Megathemen. Und sein Satz, den er dazu gesagt hat, der war in Hamburg in diesem Jahr, war der Satz Nothing really important will ever happen in front of a screen. Ja, hast du schon gehabt bei den jungen Männern so mit? Ich war sehr beeindruckt, wie er das machte. Kurz darauf habe ich da eine Sendung gesehen über einsame japanische Männer, die sich nur noch in Frauen verlieben, die virtuell sind. Also Nothing really important will ever happen in front of a screen. Es geht um die Realität. Es geht um die reale Begegnung. Und die ist heute leider mal ein bisschen zu selten bei manchen Männern. Wir machen nächste Woche weiter mit dem Thema. Es gibt nämlich noch weitere Zuschriften. Wer uns weiter schreiben will, also wir nehmen ja auch andere Themen an, nicht nur pornografische Fragen, schreibt uns an liebe.welt.de. und dann sind wir immer zu haben für Kommentare und für Likes. Das tut unserem Standing auf den verschiedenen Plattformen gut, wenn ihr das macht. Und ja, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Wir freuen uns. Alles Liebe. Tschüss! Ticit! T Wat? T客 ei? T�ade! T Tigers! Syi! Tje ist! T紅 watching! Untertitelung des ZDF, 2020